Was ist die Hand in der Hand? Eine Hand ist das, was in Ihrer Hand Platz hat. Ob das eine etwas grössere Hand ist oder kleiner ist, die Stückchen rollen. Was ist eine Preise? Eine Preise ist die Menge, die zwischen drei Fingern Platz hat. Wenn du in einem Rezept einen Teelöffel oder einen Eselöffel liest, dann heisst das nichts anderes als, du nimmst einen Eselöffel und den abstreichen. Und dann kannst du das Rezept dazu tun. So, jetzt zeige ich Ihnen einen Zwiebeln-Schnitt. Hier halbiert ihr die Zwiebeln. Wichtig ist, dass ihr hier durch die Wurzeln schneidet. Die obersten Häute wegziehen. Hinten könnt ihr ein wenig abschneiden. Vorher, wo die Wurzeln dran ist, lassen wir ganz. Schneidet ihr oben runter. Lamellen. Einmal zweimal die Kuwait rein. und dann oben runter. Dort eine wunderbare, feine Zwiebeln-Würzeln. Wenn man weiss wie, ist es ganz einfach. Die Wurzeln. Die Wurzeln.